Ich habe es heute geschafft, in die Traube Tonbach. Lang, lang ist es her, denn früher, als meine Mutter mal irgendwas Besonderes erreicht hatte, da haben wir uns einen Mietwagen geholt aus Stuttgart und sind hier den Berg hochgefahren. Das war das letzte Mal. Und natürlich saß auch, da kommen wir nachher noch drauf zu sprechen, letztes Mal, als ich da war, mag da noch 30 Jahre her sein, anders aus. Ja, ganz klar. Das ist klar, ja. Ja, bei Ihnen hat sich innerhalb der letzten 30 Jahre, vor allem die letzten drei Jahre, sehr, sehr viel getan. Zwangsläufig, ja. Zwangsläufig. Das ist richtig, ja. Gut, die letzten drei Jahre waren wahrscheinlich die einschneidendsten Jahre. Also für mich persönlich auf jeden Fall hier in Tonbach. Gut, wenn man natürlich... War das vorher immer alles heile Welt, ja. Das natürlich nicht, aber wenn man in den elterlichen Betrieb kommt, ist das natürlich schon eine aufregende Zeit, sagen wir mal persönlich, aber für die anderen wahrscheinlich gar nicht so. Aber jetzt das im Januar 2020 da unten, das große Feuer, Ratlosigkeit, dann relativ schnell die ersten Corona-Auswirkungen ab März, der Lockdown und dann, ja, zweieinhalb Jahre Ausnahmezustand oder zwei, dreiviertel Jahre Ausnahmezustand und jetzt zum Glück wieder etwas ruhiger. Also das könntest du schon sagen, 2023 ist es wieder ein bisschen ruhiger oder waren es sich... Nein, nein, wir haben natürlich andere Themen mittlerweile wieder auf der Agenda. Die Themen gehen nicht aus, ne? Die Themen gehen nicht aus, ja. Kommen wir mal auf die nächsten Themen der heutigen Zeit, sage ich mal, ein bisschen später noch zu sprechen. Es war eine große Veränderung für euch, es war der 5. Januar 2020 und man weiß ja, so Erlebnisse, Ereignisse, sage ich mal, die einen einfach irgendwo schockieren, wo man einen persönlichen Bezug dazu hat, da weiß man immer, wo man gerade zu diesem Zeitpunkt war. Und ich hatte in der Tat, es war für mich immer ein persönlicher Bezug, auch wenn wir wahrscheinlich nur einmal hier waren, bei euch. Aber wo ich eben am 5. Januar stand, in der Nähe vom Radio, bei mir in Stuttgart, und da kam dann eben die Nachricht, dass es in der Traube Tonbach eben einen Brand gab. Ja, Hotelpodcast ist auch dafür da, um natürlich die eine oder andere persönliche Frage zu stellen, wie hat es bei euch so eine Familie dann die Runde gemacht? Wohnt ihr eigentlich in der Nähe auch oder hatten es gesehen? Das war nachts um 3, da steht man normal nirgends. Da haben wir uns gegenseitig halt angerufen. Und war dann, Sebastian wohnt ein bisschen näher, ich wohne ein bisschen weiter weg, war dann jeder so schnell wie möglich einfach da. Also mich hat meine Mutter angerufen, die ganz in der Nähe vom Haus wohnt und die das schon aus dem Fenster gesehen hat. Bei mir war es tatsächlich so, dass die Brandmeldeanlage bei mir auf dem Telefon angerufen, nachts, das ist einfach durch die Nähe hier, die ruft regelmäßig nachts an und dann meistens kann man es per Telefon dann auch schon wieder relativieren. In dem Fall habe ich dann in der Bar angerufen, das war nämlich der Sonntagmorgen, also der letzte Samstagabend von dem langen Weihnachtssilvester Frühjahrsurlaub von den Ferien. Da steckt das einem in den Knochen, da ist man nicht so fit morgens. Und dann habe ich an der Bahn gerufen, beim Bernhard Stöhr damals noch, unserem Barkeeper. Und ja, habe gesagt, geh du mal schauen. Wenn nichts ist, ruf bitte auch nicht nochmal an. Und dann hat er nochmal angerufen und dann bist du natürlich schon halb im Bett gestanden und dann hat er gesagt, da musst du kommen. Raucht und qualmt und wie gesagt, dann haben wir, ich weiß nicht mehr, wie die Kette gelaufen ist oder das ging dann auch relativ schnell. Meine Eltern wurden von den Nachbarn dann direkt angerufen, weil man das direkt schon auch gesehen hat. Das geht ja dann schnell, ja. Ja, vom Jörg Böckelmann darf ich Ihnen an der Stelle einen kleinen Gruß ausrichten. Er war einer, ich glaube, bei euch sind es mittlerweile so 80 Azubis, oder nee, Azubis in der Küche der Traube Thonbach, die über die Jahre 80 Sterne des Michelins gesammelt haben. Genau so. Bei Jörg Böckeler war es jetzt kein Michelin-Stern, das ist jetzt mittlerweile CEO von Dorint Hotels. Bei ihm war ich letztens in Köln. Aber er meinte, so völlig unabhängig, was ich da gelernt habe, das war das Fundament von allem, was dann bei ihm später kam. Hohe Servicekultur, Gastfokus, großartige Kulinarik. Und für mich Anlass genug, um einfach nochmal mich hier anzumelden zum Hotel-Podcast und mal so einzuholen, wie es bei euch gerade läuft und was los ist. Jetzt weiß ich nicht, ja. Es kam damals die Meldung raus, da ist was passiert in der Traube Thonbach. Irgendwann kam dann die Meldung, das temporär hat eröffnet. Was ich aber jetzt so in der Recherche vorab eben, ja, gab es viele Momente zur Kenntnis genommen habe, mit welcher Entschlossenheit ihr, glaube ich, innerhalb von einer Woche einfach schon gesagt habt, jetzt hier was wieder aufgebaut. Es gibt einfach gar keine Diskussion. Das ist auch der Neustart von was, von einer neuen Ära. Das ist, ja, das hat sich so als schneller Entschluss, ja, hat sich das rumgesprochen, aber uns war sofort eben auch klar, das hat ja einen Grund, warum man so einen Entschluss schnell fällt, dass es gar nicht anders geht. Weil man muss sich bedenken, das ist einmal der Ausfall des Umsatzes der Restaurants, die sich da unten befunden haben. Aber was noch akuter ist, ist die ganzen Kollegen zu halten, die ganzen Mitarbeitinnen und Mitarbeiter, die Schwarzwaldstube, Köhlerstube, Bauernstube dort immer gearbeitet haben und dann über Nacht keinen Arbeitsplatz mehr hatten. Und uns war klar, dieses Team wollen wir nicht verlieren. Also muss uns eine Möglichkeit einfallen, um die vier Räume wieder zu gestalten, in der die Arbeit wieder gemacht werden kann. Also es war natürlich auch aus dem Zwang der Situation raus, wir wollen ja nicht diese Top-Teams verlieren, auf gar keinen Fall. Und das war, das war unser Haupt, unsere Hauptantriebsfeder in dem Moment oder in der Zeit. Nee, nee, absolut nachvollziehbar. Und da hat man nicht darüber nachdenken können, haben wir jetzt gerade in dem Moment diese Power, um das anzugehen, sondern das musste man einfach machen. Das musste man machen. Wir haben in der Brandnacht natürlich langjährige Mitarbeiter, die auf uns zugekommen sind, wir untereinander, aber auch die hier vom Personal aus, die Auszubildenden, die alle gelaufen gekommen sind und große Fragenzeichen mitgebracht haben. Und dann muss man auch so ein bisschen souverän wirken, auch wenn man es wirklich gerade nicht isst. Und es war klar, natürlich, die Traube, die funktioniert nur mit dem Stammhaus und der verbundenen, damit verbundenen Kulinarik, den besternten à la carte Restaurants. Aber wie Matthias das gesagt hat, zweieinhalb Jahre, die sowas mindestens braucht. Und wir wussten ja gar nicht, wie schnell wir können, dürfen und wie das wird. Diese Teams, wenn die auseinanderbrechen, das kriegt man nicht wieder zusammengesetzt. Und in der jetzigen Zeit ja schon gar nicht. Und selbst wenn die Protagonisten, Herr Michel, Herr Stolte, Herr Gass, die ganz langjährigen oder eben auch die Abteilungsleiter drüben geblieben wären, wenn das Team nicht eingespielt ist, dann ist es ganz, ganz schwierig und das aufzubauen. Ja, das wäre nicht gegangen. Und deswegen hat man dann relativ schnell eigentlich gesagt, irgendeine Lösung werden wir finden. Und da waren ganz viele Ideen im Raum. Also was wir alles besprochen hatten, machen wir eine Welt-Tournee und gehen jeden Monat in eine andere Stadt, Pop-up-Restaurants, gehen wir unten zu den Tennisplätzen, nehmen wir eine Halle in Bayersbronn, die Gespräche waren ja alle da und es war halt alles nicht machbar. Und dann ist zum Glück ein großes Küchenplanungsbüro, mit dem wir schon länger zusammenarbeiten, auf die Idee gekommen, der hat gesagt, hier Leute, wenn die irgendwo eine Kantine im bestehenden Raum umbauen, dann bauen die die meistens auf dem Parkplatz mit so Überseekontainern und einer Halle. Dann haben wir gesagt, Überseekontainer, Halle, ob das was wird. Aber das ist dann im Endeffekt geworden, weil wir haben halt schnell eine Lösung gebraucht. Und dass das so stark wird, wie es am Ende war, das wussten wir gar nicht, als wir diesen Weg eingeschlagen haben. Da waren wir dann alle doch sehr happy. Also ich bin auch gerade natürlich bei der Anfahrt hier an eurem alten Parkhaus, aber jetzt natürlich nicht nur Parkhaus, sondern am Temporär vorbei. Und das ist wirklich ein Zeitzeugnis, wie es da steht. Ja, das ist jetzt aber wieder ein Parkhaus. Das ist wieder ein Parkhaus, genau. Aber das Temporär steht ja noch dran. Das Temporär, das lassen wir da erstmal auch dran. Es gibt keinen Grund, als einfach als Hommage an die Zeit. Oder zur Verarbeitung des Ganzen. Ja, das haben wir einfach, weil uns das Temporär doch ja auch geholfen hat. Das hat uns geholfen, weiterzumachen, bevor jetzt das neue Haus entstanden ist. Hat es uns geholfen, also kann man das zumindest mal eine Zeit sicher noch dranlassen. Aber das Ganze ist jetzt wieder rückgebaut zu dem ganz exakt gleich, was es vorher war. Nämlich ein Parkhaus, weil das brauchen wir hier im Tal. Wir brauchen hier Parkplätze. Und das ist es jetzt wieder. Und eigentlich erinnert gar nichts mehr daran, außer die Beschriftung, die noch dran ist. Ja. An den Parkhaus. Ja. Also, um es nochmal kurz zu verorten. Am 5. Januar 2020 hat es gebrannt. Am 24. Mai, also ein paar Wochen später, wenige Monate später, hat es temporär eröffnet. Witzigerweise noch das Lieblingsdatum meiner Frau und mir. Sehr gut. Hätte ich das gewusst, wäre ich gleich vorbeigekommen. Wäre ich gleich vorbeigekommen. Und es temporär lief bis März 2022. 2022. Aus Holland. Die hat die Schneelast aus dem Schwarzwald nicht drauf. Das heißt, da muss ein Räumkonzept gemacht werden, Hygienekonzept. Das ist ja auf zwei Etagen gewesen. Das heißt, unten Sozialräume, Duschen, WCs, Umkleiden für die Mitarbeiter, Kühlhäuser, also Kühlräume, Tiefkühlraum, die Patisserie, die Schwarzgeschirrspüle war alles unten. Wir hatten einen Fahrstuhl eingebaut in Form von so einer Hebebühne, die das Ganze hoch und runter verbunden hat. Und dann im hinteren Teil diese Container, einfach zwei Überseekontainer gegeneinander gestellt, Kochblock reingesetzt und das zweimal. Alle Toiletten für die Gäste und dann diesen Raum vorne dran. Das muss erstmal so geplant werden, dass das da alles passt, dass die Statik passt. Dann muss genehmigt werden und dann muss gebaut werden. Und 16 Wochen für diese drei Schritte, da war richtig Druck auf dem Kessel. Also das ging Tag und Nacht und das sage ich jetzt nicht, weil wir so stolz auf uns sind, sondern weil wir echt dankbar und demütig sind, wie sich alle da reingehängt haben, weil sowohl für das Temporär als auch für das Stammhaus eine Baugenehmigung, halber roter Punkt für drei Jahre, trotzdem mit Hygiene, Brandschutz, Panikkonzepten und allem in vier Wochen für ein Temporär und für ein neues Stammhaus. In drei Monaten, da haben sich wirklich alle richtig aus dem Fenster gelehnt und Sie kennen das selber und Baugenehmigung nach drei Monaten, wenn man Glück hat, kriegt man eigentlich einen Brief, wo drin steht, Ihr Baugesuch ist eingegangen und wir kümmern uns jetzt drum und da haben wirklich alle mitgezogen. Die Handwerker haben die Kapazitäten freigeschaufelt. Also ich bin mir sicher, dass das eine oder andere verschoben wurde deswegen, damit man wirklich an einem Strang ziehen konnte und das Ding da hinstellen konnte. Und deswegen, ja, also das wirklich zu betonen, die Geschwindigkeit, das hat uns alle wirklich bewegt, wie da alle mitgezogen haben. Das war wirklich schön. Und ich erwische mich ja jetzt manchmal immer mehr dabei, diese ganze Corona-Zeit und wie da alles so war, das zu vergessen. Und das gab es eben damals auch noch. Also das Temporär war am 24. Mai eröffnet worden. Natürlich setzte die Planung etc. alles viel früher ein und in der Zwischenzeit ging es da los in Wuhan mit irgendeiner komischen Lungenkrankheit. Das heißt, dass du so zwei Fronten eigentlich gehabt hast, die auf dich zugekommen sind. Oder auf euch, auf Sie als Familie. Wo die Mitarbeiter die nächsten Fragen, die nächsten Fragezeichen hatten. Da kamen die nächsten Fragezeichen, aber es war natürlich anders als beim Brand. Jeder konnte sich über die Medien soweit möglich informieren. Also da kamen dann doch weniger Fragen als uns. An uns als generell Fragen an die Gesellschaft, an das Leben als solches. Wie geht das jetzt weiter? Also hier wurden uns zwar Fragen gestellt, aber wir konnten von uns aus dann mit gutem Gewissen sagen, Leute, so genau wissen wir das auch noch nicht, weil jeder im Fernsehen sehen konnte. Es ist überhaupt noch gar nichts klar. Also wir konnten natürlich auch nicht das wissen, ohne zu lügen. Und das haben wir natürlich auch nicht gemacht. Da haben wir wesentlich öfter gesagt, wir wissen es auch nicht genau, wie lange das jetzt geht, wann wir wieder normal arbeiten können, wann sich das normalisiert. Beim Brand waren wir da mehr gefordert, weil da konnten nur wir und die technischen Begebenheiten Entscheidungen treffen. Und das war bei Corona etwas anders. Und Corona war, so habe ich es jedenfalls erfunden, von daher anstrengender, weil man viel mehr von den äußeren Einflüssen abhängig war. Man konnte de facto selber gar nichts tun. Beim Brand konnten wir zumindest die ersten Telefonate führen, die ersten Ideen schmieden, die ersten, also es von selber aktiv werden, unternehmerisch aktiv werden. Das ging bei Corona natürlich überhaupt nicht. Musste jeder Kollege mit uns warten. Wann kommen die Hilfen, kommen sie überhaupt? In welcher Höhe kommen die Hilfen? In welcher Staffelung kommen die Hilfen? Und wie sieht das alles aus? Hat sich ja dann auch immer wieder zwischenrein geändert. Und dann kam die Anweisung und dann musste man ganz, ganz viel rechnen, Umsätze hochrechnen, einschicken. Aber man konnte nur reagieren. Das möchte ich eigentlich damit sagen. Beim Brand konnte man doch danach relativ schnell auch agieren. Und das war der große Unterschied, was für mich gefühlt Corona schlimmer gemacht hat als der Brand. Ja, und wenn ich das noch recht in Erinnerung habe und was ich aus der Ferne so beobachten konnte, dass das temporär am Ende sogar auf das Packen von irgendwelchen Weihnachtskartons herhalten musste, dann während der Corona-Zeit, während im Lockdown, wo die ganzen Mitarbeiter auf einmal im Keller der Tiefgerate standen. Genau, genau, genau. Da haben wir innerhalb von, das waren, glaube ich, zehn Tage, die wir dort gepackt haben. Wir haben einen tollen Auftrag gekriegt und das waren am Ende dann 4.400 Pakete, die wir verschickt haben. Das war für die Mitarbeiter ein toller Grund einfach mal aus dieser Kurzarbeit, die wir ja in der Gastronomie, Hotellerie nie gekannt haben und hoffentlich auch nie wieder kennenlernen müssen. Untätig rumzusitzen, das hat er wirklich alle genervt. Und damit hat man eben die Möglichkeit, wenigstens mal für zwei Wochen oder so wieder richtig ans Werk zu gehen und zu kochen. Und wir waren auch alle mit Freude dabei. Verdient haben sie wahrscheinlich nichts mit, weil es nachher wieder mit den Hilfen verrichtet wurde. Ah, da wird es dann genau, da wird es dann technisch. Also wir haben dann, wir haben dann, wir haben dann, danach wollten wir so ein schönes Ding draus machen. Und das hat mich persönlich furchtbar enttäuscht, dass da nicht drauf eingegangen wurde. Wir wollten für unsere Gäste einfach einmal im Monat ein Menü packen und verschicken oder alle 14 Tage. Die Nachfrage war da. Ja, einmal haben wir es gemacht. Es waren über tausend Pakete, die nur unsere Gäste einfach, ja, bestellt haben, damit man da zu Hause wenigstens mal einen schönen Abend verbringen kann. Wareneinsätze sind keine Fixkosten, werden nicht erstattet, aber Umsätze abgezogen. Jedes Paket, was wir verschickt haben, hat uns quasi was gekostet. Und so ist es halt, aber das unternehmerisches Handeln in so einem Moment, wenn wirklich der Bedarf zu Hause ist, endlich mal wieder was Gescheites zu essen, die Leute ja auch ein bisschen in eine Depression verfallen sind, weil es ja wirklich karg war alles und man so hätte was Schönes machen können und die Mitarbeiter wollten und dass sowas dann nicht berechnet wird, da muss ich es schon sagen, da bin ich heute noch, ich sage in der Kürze der Zeit, sowas zu entscheiden. Also ich möchte ganz sicher nicht in den Schuhen der Politiker stecken, die zu der Zeit diese Entscheidungen, die Landräte, die am Anfang eigentlich alleingelassen entscheiden mussten, mache ich das Schwimmbad zu oder was auch immer, Eishalle auf zu, diese Entscheidung zu treffen und mit den Konsequenzen leben zu müssen. Dann, einmal bin ich großzügig und habe das Risiko, gesundheitliche Schäden zu verursachen oder mache ich die Wirtschaft und die Bevölkerung unglücklich. Und dann ging das ja nach oben weiter. Also ich möchte da nicht in den Schuhen drinstecken. Aber man hätte in der Zwischenzeit doch mal auch nachrechnen können, welches Engagement man hätte belohnen sollen und das war leider nicht passiert. Dirk Iserlohe, also Gesellschafter der Rindfotel, ist ja auch letztens erst getroffen. Wer kennt ihn nicht? Der kämpft ja heute noch für ihn und für die Branche. Also von daher, jetzt zum Beispiel hier, der Weihnachtspackerei, das sind Dinge, die muss man vielleicht irgendwann mal vergessen. Aber das sind, glaube ich, wenn man da zurückblickt und diese Tragweite dieser ganzen Geschichte Revue passieren lässt, die kleineren Ausmüchse, da ist, glaube ich, noch viel Schlimmeres passiert. So, jetzt steht ja das Stammhaus schon hier auf der anderen Straßenseite. Er setzt eben das Bild, das auch ich hatte, aus der Kindheit natürlich. Und deswegen habe ich mich jetzt einfach so sehr gefreut heute auf unseren Hotel-Podcast. Die 80er-Generation sitzt mir hier gegenüber, aber schon mit dem temporär. Da zog eine ganz neue Architektur auch ein, auch wenn das alles nur temporär war. Ja, aber kam da zumindest schon mal so ein bisschen so ein Gefühl auf, ja, wir verjüngen uns nochmal. Das ist ein Schritt irgendwo dann doch Richtung Moderne, den wir irgendwie irgendwann, wir hätten irgendwann eine Antwort darauf haben müssen als achte Generation. Also zunächst muss man sagen, dass das temporär so in seiner Form, wie es dann entstanden ist, gar nicht anders ging. Also man konnte dort jetzt keine schwere Holzdecke aufbauen. Das war einfach den Gegebenheiten geschuldet, dass es modern aussah. Diese Hallenbauweise gibt einfach nichts anderes her, was aber überhaupt nicht schlimm ist. Wir haben dann schöne Kunst reingehängt, schönen Teppichboden gehabt, das Ganze modern gestaltet. Ging gar nicht anders, weil es nicht anders ging. Im Stammhaus war es was anderes, da war es eine bewusste Entscheidung, in die Moderne zu gehen. Die moderne Zeitlosigkeit, so würden wir es eher beschreiben, weil wir in der Architektur, wie sie jetzt entstanden ist, drin sehen, dass man das auch noch in 40 Jahren sehen kann. Das ist ja einmal das eine in den Zeitgeist bauen, im Bewusstsein, dass der Zeitgeist in 10, 15 Jahren ein anderer ist, oder zu bauen mit einem Bewusstsein, dass es für viele Generationen halten soll. Gehen wir jetzt mal davon aus. Und das würde ich eher als sowas in diese Richtung beschreiben. Also eher eine Zeitlosigkeit, die natürlich jetzt vor allen Dingen in der Spiegelung des alten Stammhauses sehr modern anfühlt. Aber von uns bewusst aus diesen Gründen gewählt wurde. Man kann in dieser etwas zurückhaltenden Art des Bauens, kann man natürlich auch im Interior Design dann nachher vieles machen und auch über die Jahre einiges verändern. Und da gibt es jetzt den nötigen Raum dafür in den neuen Hallen, gibt es den nötigen Raum, dass man auch in Zukunft durch kleine Dinge, durch Zusätze, einfach was Schönes in den Raum stellen, viele Dinge modern halten kann, ohne groß was verändern zu müssen. Und daher kam eigentlich die Entscheidung, nicht das alte nachzubauen. Es wäre auch sicher nicht echt, wenn man das alte nachbaut. Es wäre fake. Das ist schon früher. Wenn man das heute so baut, wie es keiner heute so bauen würde. Es ist für die Gäste, die natürlich da drin viele, viele schöne Momente erlebt haben. Manche haben gesagt, das war mein Wohnzimmer. Auch feste oder wichtige Daten dort verbracht haben. Klar, wenn das wegfällt und was wirklich ganz anderes entsteht, dann ist das ein Schnitt. Den kleinen Schock, den muss man natürlich verkraften. Oder ging jedem so, der ein erstes Mal da war, alle geschluckt. Dann aber natürlich muss man es auf sich wirken lassen. Und das haben dann auch wirklich alle akzeptiert. Also ich kenne niemanden, wirklich gar niemanden, der jetzt noch sagt, das hätten wir anders machen sollen. Weil wie gesagt, das muss zeitlos sein. Und nichts Fakes bauen. Also die in alten Stilen nachzubauen, das wäre ja nur verglichen worden. Da war der Kachelofen so und da ist der Kachelofen so. Und wenn man heute keinen Kachelofen mehr baut, dann baut man keinen mehr. Und deswegen haben wir ihn hier und jetzt gebaut. Und ich glaube, das spiegelt schon auch wieder den Schritt, den wir schon viel früher gegangen sind. Also diesen Prozess, den schon viel früher eingeleitet wurden. Wenn wir was in der Traube neu machen, dann ist es modern. Dann ist es immer im Hier und Jetzt. Das hat im Schwimmbad angefangen, das kennen wir noch als Kind. Schwere Vorhänge mit Quasten und schwarzem, schweren Holz. Und ja, Papageienkäfige waren da und große Pflanzenkübel. Und es war halt sehr barock. Und jetzt ist es in eine Leichtigkeit gegangen, was eben ein Spa heutzutage braucht. Und so gehen wir jeden Schritt. Und drüben ist es natürlich schon eine große Maßnahme auf einmal gewesen. Also diese Summe, die dort in zwei Jahren verbaut wurde, reicht uns sonst eigentlich für zehn Jahre Beschäftigung. Aber das ging ja natürlich nicht anders. Und deswegen ist es doch so ein klarer Schnitt. Aber es ist für die Zukunft einfach das Einzige, Richtige gewesen. Eigentlich ist es genau so, wie Sie gerade sagten, reicht für die nächsten zehn Jahre. Aber ihr habt euch auch so in sehr kurzer Zeit irgendwo schon ein Vermächtnis geschaffen. In den jungen Jahren, wo ihr jetzt in der Verantwortung steht, in der achten Generation. Und wie der Matthias ja gerade meinte, das zu schaffen, zeitlos zu bauen, also immer diesen Bezug dann doch eher zum Schwarzwald zu haben, was auf Ewigkeiten einfach auch aktuell interessant und spannend bleibt. Früher hat man Kirchen gebaut, heute baut man einfach tolle Restaurants, Hotels. Es werden die Gäste entscheiden, ob es zeitlos ist, ob es den Geschmack auf die nächsten Zeiten doch trifft. Aber wir sind fest davon überzeugt, wir haben auch ganz bewusst traditionelle Bauformen in die moderne Architektur mit einfließen lassen. Wenn man nämlich genau mal hinläuft an das neue Stammhaus, sieht man zum Beispiel eine Lehmstampfmauer. Das ist eine ganz alte Schwarzwälder Art des Bauens. Gibt es sicher in anderen Regionen Deutschlands auch. Ich weiß nicht, ob das rein jetzt Patent im Schwarzwald liegt. Aber so hat man früher gebaut. Und dann sieht man auch die Holzschindeln, die man sogar noch weiter sehen kann als die Lehmwand. Die natürlich auch eine Art des Bauens sind, die aus den vergangenen Tagen kommt. Und wir haben noch das große Glück gehabt, jemanden zu finden, der das noch kann. Und so hat man in die Moderne die alte Baukunst schon einfließen lassen. Also wenn man genau durch dieses Haus läuft, erkennt man die Hommage an das Alte. Nur es komplett wieder so aufzubauen, wie es war, hätte man auch Möglichkeiten gefunden. Aber das war eben die ganz bewusste Entscheidung, das nicht zu tun, sondern das so zu machen, wie wir es jetzt gemacht haben. Das war eigentlich unser Wunsch nachher. Aber die Ideen waren natürlich alle vorher da. Das muss man klar sagen. Über Ideen, mehrere Ideen, viele Ideen kommt man irgendwann zu einer Entscheidung. Zu der Entscheidung kommt man nicht einfach so. Ja, ich würde sagen, nächstes Jahr, wenn ich wiederkomme, dann setzen wir uns mal ins neue Stammhaus. Sehr gerne. Heute sind wir hier in einer Familiensuite auf der anderen Straßenseite im Hotelbereich, eben hier in der Traube Thunbach. Seid ihr denn wirklich auch so im Hotel damals groß geworden? Das heißt, hat man jeden Tag hier irgendwo durch die Gänge rennend verbracht und zwischendurch irgendwann die Hausaufgaben am Küchentisch gemacht? Würde man sich so denken. Also auch mit unseren Kindern, das Leben in einem Hotel, das ist sicher spannend. Aber zum hier aufwachsen im Hotel ist es, glaube ich, nicht förderlich, wenn Kinder mit Zimmerservice, großer Poolfläche und unendlich Schokoladenhals groß werden. Ich hatte schon einen Podcast, wo der Hotelier im Hotel geboren wurde. Das ist auch früher so gewesen. Mein Vater wurde auch im Hotel geboren und sein Großonkel hatte hier, das ist jetzt das Zimmer 300, eine Wohnung gehabt. Aber ja, man möchte doch als Familie auch ein paar private Momente, besonders mit den Kindern. Deswegen, wir sind drei Kilometer Entfernung aufgewachsen und genau an der Stelle lebe ich jetzt auch. Und da hat man ein bisschen Abstand. Ja, da muss ich mich gerade in den ersten Podcast, Hotelpodcast überhaupt erinnern, mit Franz Keller. Winzer, also beim Hotelpodcast hat die Nummer, Episode Nummer zwei bekommen später, aus taktischen Gründen. Aber da war das so, wenn da ein Kind unterwegs war, dann haben sich die Männer alle irgendwo in einer Stube zusammengetan, gesoffen. Und der Franz musste damals mit 15 Jahren dann den Arzt dann abends wieder besoffen nach Hause fahren. Geht schon weichen zurück, die Episode, aber durchaus unterhaltsam. Auch die Ärzte sind vernünftig geworden. Auch die, auch die. Gut, Juli 2021 habt ihr das Richtfest vom Stammhaus gefeiert. Hat auch hier wieder nur 18 Monate, ich sage es nicht so leicht, wieder nur 18 Monate gedauert. Und in der Kürze habt ihr so viele tolle Ideen einfließen lassen, eben es auch vor allem ganz anders zu machen. Also gefällt mir als Architekturfreund, muss ich sagen, auch sehr gut, diese Verschachtelung, diese Unabhängigkeit. Und im April 2022 wurde es dann eröffnet. 18 Uhr ging es, glaube ich, los. Ja gut, da kamen die Gäste. Da kamen die Gäste. Das war, das war. Das war noch mal stressig, denke ich mal. Stichtag ist immer stressig. Aber das war wirklich so. Wir haben eine Woche vor angefangen zu kochen, aber da stand, da war der Kochtopf auf dem Herd und hat geblubbert. Und nebendran stand der Elektriker mit dem Kopf in der Lüftungsdecke. Das war, das ging eine Woche so. Ging auch noch ein bisschen in die Eröffnungsphase rein, dass die restlichen Arbeiten gemacht wurden. Aber die Kürze der Zeit, das ist natürlich einmal der gestalterische Teil von so einem Haus, der viele Entscheidungen und Hörnung braucht. Aber der technische Aspekt, das ist ja nur ein Drittel öffentlich und zwei Drittel des Gebäudes sind tatsächlich Küchen, Vorbereitungsküchen, Technik. Da wirklich auf den allerneuesten Stand der Zeit und zwar für die nächsten Jahrzehnte maßgebend, dass dort alle Techniken untergebracht sind, die ein modernes Restaurant braucht. Dass man die zusammenbringt, dass man unterscheiden kann, welche Technik bringt es, welche brauchen wir nicht. Das war also im gleichen Maße aufwendig. Und wie gesagt, die Partner, die wir dazu hatten, alle haben da alles möglich gemacht. Das war ja auch noch Corona, wo das eine oder andere und Chips gab es ja für gar nichts. Also die Platinen für unsere Fahrstühle, weiß ich, die hat der Architekt nachts eingeschlossen, weil er genau gewusst hat, dass das, sowas kann jeder gebrauchen. Und das dann hinzukriegen, genehmigt zu bekommen und zu machen, das war schon sehr spannend. Und für die Teams und eure beiden Sterneköche, Florian Stolte und Thorsten Michel sicherlich auch dann ein wichtiger Zeitpunkt. Also bei Planung waren die natürlich voll mit dabei. Da war sie auch mit drin. Ja klar, natürlich. Die müssen ja damit umgehen. Und dann wieder eine normale Küche zu haben. Man darf sich jetzt nicht vorstellen, dass alle Ideen nur von uns kamen. Wir haben es von Beginn an schon beim Temporär ganz stark vorgezogen, das in der großen Runde zu diskutieren, die Ideen und die Vorstellungen. Und da kamen auch ganz viele von unseren Leuten, die ja auch den Job schon lange bei uns machen und ganz stark auch wissen, worauf es ankommt. Also das war eine ganz, ganz große Teamleistung. Und wir sind jedem Einzelnen des Teams dankbar, dass er sich eingebracht hat, dass er eine Meinung hatte. Weil ganz alleine hätten wir das auch nicht gestemmt. Allein die Entscheidungen, die zu treffen sind. Da haben wir uns tatsächlich von unseren Leuten, von unseren guten Leuten, ja, jedes Mal auch rückversichert. Also passt das, könnt ihr so arbeiten, wollen wir das so machen, wie viele Kühlhäuser braucht ihr, wie sollen die Herde sein, wie machen wir den operativen Ablauf, die Laufstraßen, der Service-Mitarbeiter und, und, und. Also das ist nicht alles nur auf unserem Mist gewachsen, sondern von ganz, ganz guten Leuten, die viele, viele Jahre bei uns gearbeitet haben und arbeiten, die da Unterstützung geholfen haben. Natürlich die endgültige Entscheidung, die lag immer dann bei uns, aber nicht der eine war nicht abgesprochen und nicht reflektiert mit unseren Leuten. Muss man ganz klar an dieser Stelle passt, glaube ich, ganz gut auch sagen. Also damals, nehme ich mal so an, war die Entscheidungsfindung bei euch in der Familie, ja, immer noch mit euren Eltern Renate und Heiner. Haben die sich jetzt mittlerweile ein bisschen zurückgenommen oder hat sich da in den letzten ein, zwei, drei Jahren nichts geändert? Das ist ein Prozess, der fortlaufend ist, immer mehr, immer mehr, natürlich, natürlich, muss auch so sein. Wobei man sagen muss, Matthias und ich sind hier ja nicht angetreten, um zu zweit das hinzubekommen, was der Vater früher alleine geschafft hat. Damit kommen wir nicht durch und damit wollen wir uns auch nicht selber zufrieden geben. Und entstehen ja tolle neue Projekte, die Traube Group, eine Idee eher auf Seiten des HR, also des Personalwesens. Ich komme ursprünglich aus Bietigheim-Bissing, ja. Und in Moripo, aber da wart ihr noch nicht an Bord, habe ich mal einen Tag zum Probearbeiten gearbeitet. Die schwarze Weste hängt heute noch bei mir im alten Kinderzimmer meiner Eltern. Ah, schön. Ja, die hat nie wieder einer gewollt, aber es hat auch keiner mehr bei mir angerufen, ob ich nochmal kommen will. Also wenn ihr die wieder braucht, die haben es dann wahrscheinlich übernommen. Ja, das Moripo war unser zweites Projekt, das wir angegangen sind. Ja, genau, das ist 2011 schon. 2011 glaube ich. Liegt schon ein Weilchen zurück. Liegt schon ein Weilchen zurück, genau. Und so hat sich die Gruppe immer vergrößert. Das ist auch, sagen wir mal, Teil der, ja, das ist auch ein großer Teil der Legacy, wenn man es so nehmen will, von Sebastian und mir. Bisher, wir sind ja auch noch jung, die Entstehung der Traubegrub ist für uns ganz toll und wichtig und das kleine Geheimnis dahinter, in jedem unserer Betriebe arbeiten ehemalige Traubianer in der Leitungsposition. Also man nennt das so Betriebsleiter, in Moripo jetzt eine Hoteldirektorin. Das sind alles Leute, die schon mal die Traubeluft geschnuppert haben und unsere Philosophie verstehen. Und das ist eben ein ganz tolles Asset, das wir haben. Wir haben ein großes Netzwerk an ehemaligen und das wir da aktiviert haben, um uns da zu unterstützen. Ja, ja, die 80 Michelin-Sterne haben ja schon vorher aufgezählt, wovon der Jörg Böckeler leider keinen abbekommen hat, soweit ich weiß. Aber wie würden Sie das bezeichnen? Also es geht ja nicht darum, irgendwie das gestern und heute zu vergleichen, aber dieser Move, dieser Strategieansatz, größer denken, ist ja absolut falsch. Mir fällt es, ich komme jetzt nicht auf eine Diversifizierung. Diversifizieren, geht es um Risiko oder geht es um einfach, ja, das ist einfach eine Möglichkeit am Ende. Also wie gesagt, zu zweit das Weitermachen, was die Generation vorher gemacht hat. Und auch das, was man gut kann, einfach weitertragen. Weitertragen, genau. Und wie gesagt, die Möglichkeiten nutzen an verschiedenster Stelle. Was sich durch die Traubegrub immer durchzieht, ist, egal wo wir tätig sind, muss es was Gutes zum Essen und zum Trinken geben. Und das mögen wir am besten, das können wir am besten. Und das gibt es an vielen Stellen. Und das ist ja einmal Montrepo, sogar als Hotel, aber eben doch anders, weil es doch einen anderen Markt bedient. Geschäftsreisende und Kongresse, natürlich auch private Gäste oder private Feiern an den Wochenenden. Aber eben doch andere Spitzenzeiten, dann das neue Schloss in Meersburg am Bodensee, eine Eventlocation ohne Übernachtung. Dann die Betriebsgastronomien, die Kantinen, jetzt zwei in Stuttgart, eine in Regensburg. Im November macht eine in Karlsruhe auf. Nächstes, ja, spätes Frühjahr, Sommer, je nachdem wie da der Baufortschritt eine dritte in Stuttgart. Und als jüngstes Kind ja der BB-Bank Wildpark, das Stadion in Karlsruhe, was wir im WIB-Bereich, im Hospitality-Bereich dort becatern dürfen. War gestern ganz spannend. Jetzt weiß ich nicht, ist der Podcast zeitlich oder können wir ganz aktuell reden? Gestern war Schalke da. 1680 Gäste, die gleichzeitig da ein schönes Menü bekommen haben auf verschiedenen Ebenen. Hat auch nicht geholfen, glaube ich. Doch, natürlich. Karlsruhe hat 3-0 gewonnen. Also es war, ja, wir sind ja froh, dass Karlsruhe gewonnen hat. Schalke hat das Problem. Ja, genau, das habe ich mitbekommen. Und so aktuell sind wir auch mit dem Hotel-Podcast. Okay. Ich meine, immer in diesem Zusammenhang generell Hotellerie und auch viel mehr Familienunternehmen. Familienhotels ist ja immer dieses Personalthema, so ein bisschen auch. Ja, erstgroße Projekt, was man jetzt nicht in einer Reihe mit Brand und Corona nennen kann. Aber irgendwo, irgendwann kommt es da. Das Thema haben alle, also das Thema haben wirklich alle. Das haben wir alle, ja. Und das ist jetzt aber schon mal spannender. Ja, aber für uns ist es auch, ja, muss man ehrlich sagen, bei all dem Gejammern, was man immer darüber hört, auch spannend gewesen. Wir sind ganz neue Wege gegangen und zwar außereuropäische Wege. Wir haben ganz tolle Leute aus Tunesien, Ägypten für uns gewinnen können. Sind dort auf Hotelfachschulen zugegangen, ganz aktiv. Also, ja, langjährige Leute von uns sind dort hingefahren, haben mit den jungen Leuten gesprochen, haben für uns Werbung gemacht. Warum nicht mal nach Deutschland kommen, einige Zeit arbeiten, was dazulernen vielleicht. Und, ja, für die ist das, ja, ein Move, ein Push für ihre Karriere. Sie können bei uns nach wie vor sehr viel lernen, fachlich lernen. Und somit können wir gar nicht so jammern über den Personalmangel. Wir haben früh agiert und sind sehr dankbar um die Leute, die wir aus dem außereuropäischen Ausland bekommen. Um die europäischen Mitarbeiter und die deutschen Mitarbeiter zu unterstützen. Was heißt zu unterstützen? Sie sind absolut auf einem Level mit unseren Leuten. Einziges Thema ist natürlich die Sprache. Darf man nicht drum herumreden. Da muss man sich reinhängen, Sprachkurse anbieten, Prüfungen machen und da auch, ja, ein bisschen darauf bestehen, dass das auch besucht wird, diese Schulung. Weil klar ist, die Gäste sind das inzwischen auch gewohnt, dass das auch mal Englisch spricht oder Französisch. Das ist gar nicht das. Aber es kommt natürlich durch die Sprachbarriere, kommt es auch zu, im Arbeitsprozess zu Missverständnissen, die dann zu Situationen führen, dass der Gast vielleicht mal ein anderes Gericht bekommt, als er bestellt hat und Kleinigkeiten. Aber das kann man doch dann durch Schulungen sehr stark auch verändern. Und von daher sind wir sehr dankbar und können eigentlich nicht behaupten, dass es uns ganz schlecht geht. Natürlich ist es sehr schwer geworden. Brauchen wir nicht drum herumreden. Das hat nichts mehr mit der Situation früher zu tun, dass sich die Bewerbungen gestapelt haben. Das ist lange nicht mehr so. Aber da glaube ich, das kann jeder einzelne Kollege zumindest in Deutschland bestätigen. Aber mir wird die Dimension, die Logik hinter der Traube-Group immer klarer. Denn auch sowas, selbst der Begriff Traube-Group, wenn ich mit dem im Ausstand unterwegs bin und sage, hier, ich habe einen Standort da und da und da. Wir machen das und das. Das ist natürlich pures HR-Marketing. Wir können viele verschiedene Wege, Karrieremöglichkeiten zur Verfügung stellen. Und wir können vor allem auf individuelle Lebenssituationen der Mitarbeiter reagieren. Also das sage ich mal, der häufigste Weg ist, dass jemand eine Hotel-Küchen-Erfahrung hinter sich oder Restaurations-Küchen-Erfahrung gesammelt hat und dann junger Familienvater ist. Und die Arbeitszeiten eben nicht mehr passen für einen gewissen Zeitraum und man dann eben reagieren kann. Und so sind dann einige in unsere Betriebsgastronomie hingegangen, wo natürlich Montag bis Freitag, zwar sehr früh, das muss man auch immer können, also das muss man auch können, um sechs Uhr morgens anzufangen. Und aber eben, wie gesagt, Wochenende, Weihnachten, Ostern dann frei zu haben. Und da kann man auf die gewissen Bedürfnisse von Mitarbeitern eben eingehen. Und da kriegen wir natürlich auch einen sehr guten Ruf oder ein sehr gutes Miteinander mit unseren Mitarbeitern, was sich nach außen trägt, eben zustande. Und ich glaube, ja, das als Traubegrub so zu leben, das ist für uns eigentlich ein sehr, sehr guter Weg, der sich nützlich gemacht hat. Und am besten sieht man es daran, wie Matthias das gesagt hat, wenn viele, viele Ehemalige zu uns zurückkommen und hier dann, nachdem sie weltweit Erfahrung gesammelt haben, hier tatsächlich auch einen festen Punkt suchen, wo sie bleiben wollen, das ist für uns eigentlich das Größte. Weil wenn einer freiwillig zurückkehrt, das ist das größte Kompliment. Und da noch in einem Betrieb nach Wahl, wo er eben gerade reinpasst, sich austoben kann. Und irgendwo spielt ja auch da rein, noch mal mehr Mitunternehmer sein. Weil je mehr ihr da an Standorten, an Produkten habt, etc., desto mehr Identifikation noch mal am Ende mit dem Traubeprodukt. Das stimmt, ja. Müssen alle autark laufen natürlich. Also es ist nicht so, dass wir aushelfen, wenn jetzt ein Heimspiel ist, was ausgebucht ist, ist ganz klar. Aber auf einer täglichen Basis dürfen die Betriebe sich nicht gegenseitig schwächen und die Leute da abziehen. Die sind alle sehr autark, aber sie identifizieren sich alle mit der Traube Tonbach. Und das gibt natürlich auch so einen gewissen Schub, immer so eine Extrameile zu laufen. Gerade wenn es um die Kulinarik geht, zu zeigen, da steht Traube drauf, da ist Traube drin. Also müssen wir auch etwas Besonderes draus machen. Wo haben Sie sich oder wo holen Sie sich so diese neuen Ansätze her, diese Impulse? Ah, das wächst von einem aufs andere. Und das sind Offenheit, ich würde sagen, Offenheit, Offenheit für Neues ist, glaube ich, unsere Philosophie. Weil irgendwann standen wir alle vor der Situation, ja, wir haben ein paar Caterings gemacht. Dann kam die Idee, das neue Schloss in Meersburg als feste Event-Location zu pachten. In Schritt 1 ein zweites Hotel zu übernehmen mit damals 88 Mitarbeitern. Ein Riesenschritt, dann das Traube-Produkt in eine Betriebsgastronomie zu übersetzen. Und da dann seinen Namen draufzuschreiben, das hat natürlich bei den altvorderen und langjährigen Mitarbeitern ein bisschen Überwindungsarbeit gekostet, dass die da sagen, ja, das machen wir, weil wir wirklich auch so kochen, wo wir auch da Traube-Thomach draufschreiben können. Und ja, das ist die Offenheit für Neues. Die Möglichkeiten uns gegeben haben, aber eben mit einer ganz klaren Strategie. Wir können außen nur glänzen, wenn die Traube-Thomach, das Mutterschiff, eben gesund dasteht. Wir können unterstützen und können auch den Namen, sage ich mal, dort woanders unterbringen. Aber der Name ist eben nicht nur Marketing, sondern der verpflichtet ab Tag 1 der Eröffnung. Und garantiert dem, der dort dann hinkommt, ein gewisses Qualitätsmaß. Aber es verlangt uns halt auch ab, wenn wir es draufschreiben. Und ja, ich denke mal, mit der Offenheit für Neues sind wir jetzt gegangen. Die Diversifikation hat sich als Riesenvorteil für uns entpuppt. Corona, bestes Beispiel, aber eben auch wirtschaftliche Veränderungen. Mal ist die private Hotellerie war früher zugemacht, die, sage ich mal, Kongresshotellerie später, aber dafür auch versetzt wieder aufgemacht. Und ich glaube, diese Diversifikation hat uns in der Zeit doch öfters mal den Allerwertesten gerettet oder zumindest das Leben sehr viel leichter gemacht. Ja, 1789 ging es damals los, ja, der Französischen Revolution. Und irgendwie, es macht richtig Spaß, da Ihnen zuzuhören und an die nächsten über 230 Jahre zu denken. Wer weiß, was da noch alles möglich ist mit so viel auch neuer Energie, ganz klar, neuen Impulsen. Gibt es da was, wo er sagt, hier 2024, da freuen wir uns jetzt schon drauf? Also, was man dazu sagen kann, wenn wir jetzt zum Schluss noch einen Zukunftsausblick machen. Wir haben natürlich nicht nur ein Stammhaus, wir haben auch hier unser Haupthaus, in dem die meisten unserer Zimmer der Gäste sind. Und auch hier wollen wir technisch eingreifen im Zuge von Umbauten in den nächsten Jahren. Also, ich denke 2024 habe ich jetzt mal, Sie sagten 2024, da ist mal der Hauptbeginn der Planungen. Ob wir dann in 2024 mit den ersten Baumaßnahmen schon beginnen, wissen wir noch nicht. Die Planungen in so einem alten Gebäude, das Haupthaus ist ja noch sehr alt, sind natürlich sehr komplex, statischer Natur, technischer Natur, Leitungen, Stromleitungen, Wasserleitungen und, und, und. Das muss sehr gut geplant sein, aber da haben wir einiges vor, noch zu investieren und auch so umzubauen, dass auch hier, wie unten, der Gast einen neuen Geist spürt, der aber immer der alten Tradition, die wir hier im Haus haben, gerecht wird. Das ist uns ganz wichtig. Aber das ist so das, was, wenn nichts anderes Größeres passiert, auf uns noch zukommt. Und das ist etwas, auf das wir uns auch sehr freuen. Die Planungen sind gestartet, die Architekten sind ausgewählt. Die sind schon fest am Ideenschmieden, aus Architektensicht Ideen und uns demnächst die ersten Vorschläge, die ersten grundsätzlichen Vorschläge vorzustellen. Da freuen wir uns drauf. Also das ist so eine Mammutaufgabe, die noch auf uns zukommt, aber eine schöne auch. Und wie vorher erwähnt, haben wir noch zwei Betriebsöffnungen. Einmal im Dezember, Ende Dezember, können wir schon mal 2024 dazuwürsteln. Und dann eben im späten Frühjahr. Und ja, das sind zwar gewohnte Konzepte, die wir dort eröffnen. Also nichts ganz Neues für uns, aber neue Köpfe, neue Mitarbeiter, neue tolle Leute, die mit eigenen Ideen uns dann auch wieder vorantreiben. Und ja, wenn wir die beiden Betriebe dann eröffnet haben, werden wir nächstes Jahr dann über 600 Mitarbeiter insgesamt haben. Und für uns eben ein schöner Weg, der uns sehr, sehr zuversichtlich macht einfach, dass wir hier in der Traube uns weiterentwickeln können, die ganzen Umbaumaßnahmen umsetzen können, aber eben auch in der Traubegrub immer ein bisschen wachsen. Super, ausgezeichnet. Tolle Ideen, vieles passiert, was in der Zukunft noch einfach noch Spaß macht. Kommen Sie nächstes Jahr wieder, dann werden wir Ihnen bestimmt schon wieder was Neues. Das ist verteilt auf starke Schultern. Ihr habt viel zusammen erlebt. Wer weiß, es soll jetzt nichts noch Großes passieren, sagen wir mal, in der Zukunft. Schlimmer wird es nicht mehr. Ja, das habe ich vorhin gesagt. Wer weiß. Aber dafür wünsche ich alles Gute und ich freue mich schon aufs nächste Jahr. Ja. Und dass ich es mal wieder hier zu euch in die Traube Thunbach geschafft habe. Immer herzlich willkommen. War lange mein Ziel, hat ein Weilchen gedauert im Hotel-Podcast, aber ich habe es geschafft. Vielen, vielen Dank. Danke Ihnen. Danke. Sehr schön. Ciao. Tschüss. Tschüss.